Und dort hinten sehen wir eine große Staubfolte und sie zeigt uns den Weg hin zu den Steinbrüchen. Da kommen die Bruchmeister oder die Meisterbrecher. Man hat das Gefühl den Kopf eines Ungeheuers vor sich zu holen. Ja man! Da! Vermeister haben sie es geschaffen. Das große Berg. Ich hab noch nie gesehen. Ja!